Die Passung im Job bzw. Unternehmen ist entscheidend und wer entscheidet darüber? Da spreche ich heute gerne mit dir und zwar im Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und hier geht es wie immer um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Ja, ich passe doch perfekt für diesen Job. Das sind so Aussagen von Kandidaten und Kandidatinnen, die ich dann zum Teil immer wieder höre. Und dem kann ich dann einfach nicht immer zustimmen, leider. Also was qualifiziert mich überhaupt für so einen Job? Also ein Unternehmen beschäftigt ja diverse Menschen mit ganz unterschiedlichen Aufgaben und ebenso unterschiedlichen Fähigkeiten. Und aber letztlich geht es immer um das Zusammenspiel. Es geht um die Addition von Fähigkeiten eben nicht, sondern es geht um die Kombination. Es geht nicht einfach, dass ich da zusätzliche Fähigkeiten ins Unternehmen bringe, sondern es geht wirklich um dieses Zusammenspiel. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das wird oft auch zu wenig berücksichtigt. Man kann das klar von außen natürlich nicht wirklich auch gut erkennen, weil man liest so eine Stellenanzeige und hat das Gefühl, ja, ich bin doch Techniker zum Beispiel oder Ingenieur. Das habe ich schon mal gelernt. Ich habe mich betriebswirtschaftlich weitergebildet. Dann habe ich vielleicht auch gewisse Fachkenntnisse, die ich mitbringe, die ja auch da gefordert sind. Dann bin ich vielleicht auch eine gewisse Zeit lang in dem Bereich auch tätig gewesen und habe vielleicht auch mit diversen Kulturen zu tun. Und meine Englischkenntnisse sind okay und reisen würde ich auch noch gerne. Da kann man so drüber schauen und könnte sagen, ja, das passt so weit. Jetzt ist es aber so, jetzt habe ich hier zum Beispiel auch eine Stelle, wo wir dann jemanden suchen, nehme ich jetzt nur eine mal raus im Bereich Maschinenbau. Da sind die Produkte sehr, sehr anspruchsvoll. Das heisst, ich muss wirklich einen guten technischen Bezug haben. Das heisst, ich muss wirklich mit einem Maschinenbauingenieur mich gut unterhalten können. Und zwar auch auf Englisch, das ist sehr, sehr wichtig. Dann brauche ich diese Vertriebserfahrung. Das heisst, ich muss wirklich auch im internationalen Kontext tatsächlich hier die Verkaufserfahrung gesammelt haben. Das heisst, in verschiedenen Situationen, mit verschiedenen Verhandlungen, mit verschiedenen Menschen, auf internationaler Ebene schon verhandelt haben und auch gerne unterwegs sein. Auch das ist dann sehr wichtig. Das heisst eben nicht nur in Europa, sondern zum Beispiel jetzt hier auch ganz stark in Asien, wenn wir dann auch wieder reisen können, klar. Und das kann man natürlich nicht auf so einer Anzeige schon direkt erkennen, das gebe ich zu. Aber da ist halt wichtig, dass man da vielleicht nachfragt. Und deshalb biete ich auch immer die Möglichkeit auch an, hier ein kurzes Telefonat zu führen, um die Informationen auch zu bekommen, was auch wirklich dann dahinter steht, dass man das besser verstehen kann, um was geht es da wirklich, was sind die Anforderungen und wie kann man ein zusätzliches Puzzleteil in diesem Gesamtkonstrukt dann auch ergeben. Das heisst, Kombinationen. Kann ich hier mit meinen Fähigkeiten wirklich einen guten Beitrag leisten? Ist das, was ich mitbringe, hier wertvoll eingesetzt? Und wenn das so ist, wunderbar. Also das ist dann, dann passt das. Und dann können wir auch gerne ein Gespräch auch führen. Also da zum Beispiel ist eben wichtig, Maschinenbau ist wichtig. Also auch da schon die am besten, vielleicht ein Maschinenbaustudium. Dann die Vertriebserfahrung, internationale Vertriebserfahrung, wirklich Verhandlungsführung, auch in Englisch, wo es um technisch komplexe Anforderungen auch geht. Und dann wirklich die Freude, auch wirklich draußen zu sein, bei den Kunden zu sein, mit den Kunden gemeinsam etwas zu erarbeiten und das dann auch mit dem Team intern auch entsprechend umsetzen zu wollen. Wenn man das dann kann, ist man zum Beispiel jetzt auch bei der Stelle, die ich jetzt hier habe, für den international ausgerichtete Verkaufspersönlichkeit, habe ich da geschrieben, für den Hidden Champion hier im Maschinenbau, wäre man da sicher gut aufgestellt. Das heisst, das ist an der Stelle hier sehr, sehr wichtig. Und dann passt man auch für den Job. Aber wenn man nur zum Beispiel hier in der Schweiz sein möchte oder möchte nur im europäischen Umgehen, also im umliegenden Ausland arbeiten und nicht im Übersee arbeiten, dann passt das schon nicht mehr. Also dann wird das keine gute Position werden. Dann wird das auch da nicht ins Team passen. Das heisst, es gibt gewisse Sachen, die einfach wichtig sind und dann muss man halt auch Freude haben, in einem KMU zu arbeiten zum Beispiel. Also es gibt viele Aspekte, die man vielleicht in so einer Anzeige nicht wirklich auch darstellen kann. Deshalb biete ich ja auch immer an oder habe das jetzt auch hier verknüpft mit einem Podcast, wo ich jetzt hier mit einem Mitarbeiter auch aufgenommen habe, wo wir eine Kurzversion dargestellt haben, damit man hier ein bisschen mehr mitbekommt. Und wie gesagt, es gibt ja da die Möglichkeit, auch hier mit mir zu telefonieren und dann können wir das einfach sofort klären. Es gibt aber auch andere Vermittler, die das auch anbieten, wo man sofort Kontakt aufnehmen kann und da direkt in Kontakt treten und damit auch ein erstes Gespräch führen und dann ein bisschen mehr rauszufinden, ob man tatsächlich für diese Stelle passt oder nicht. Das heisst, einfach in Kontakt treten, würde ich hier sagen. Deshalb biete ich das hier auch an. Auch da bei mir direkt natürlich anrufen, sicher möglich. Gleichzeitig auch, wenn man mich nicht erreicht, kann man auch einen Online-Termin machen. Das ist hier ganz einfach zu finden auf berufspodcast.com Schrägstrich Termin, einfach einen Telefontermin dann aussuchen und dann sprechen wir zusammen. Also, bis bald. Dein Christoph.